Herzlich Willkommen! Hier ist User Paul mit dem Thema ODF-Dokumente in Webseiten einbinden. Mittels JavaScript-Bibliothek WebODF ist man in der Lage Open-Document-Format-Dokumente, die zum Beispiel mit LibreOffice oder ähnlichen Office-Programm erstellt wurden, in eine HTML-Seite zu integrieren. Erläuterung dazu sieht man auf der Seite webodf.org. Die Quellcode-Dateien sind zumal bei github.com abrufbereit. Und ein Beispiel, um eine ODT-Datei sichtbar zu machen. Dazu habe ich einen Ordner erstellt namens ODF mit drei Dateien. Als erstes die Datei webodf.js, die JavaScript-Bibliothek, die ich heruntergeladen habe von dieser Seite. Hier ist der Link. Und dann als zweite Datei die ODT-Datei, die ich erstellt habe mit LibreOffice Writer. So sieht der Inhalt aus. Und gespeichert mittels Datei, speichern unter Name ODT View im Format odf.textdokument.odt. Und als letzte Datei die HTML-Seite odt-view.html. Die HTML-Seite, um die es eigentlich geht. In Zeile 6 wird hier die JavaScript-Bibliothek webodf.js in die HTML-Seite mit integriert. Und ab Zeile 8 gehen dann die JavaScript-Anweisungen los. Es wird eine Variable erstellt, gebunden an das Element mit der ID.odt. Und dieses Element, das ist ein Div-Container und den findet man in Zeile 17 mit der ID.odt. In Zeile 10 wird dann ein neues Objekt erstellt und zuletzt in Zeile 11 wird dann die ODT-Datei geladen. Und dann abschließend habe ich die drei Dateien auf den Web-Server hochgeladen. Hier sieht man die drei Dateien. Und wenn ich nun die HTML-Seite anklicke, sieht man das Ergebnis. Das sieht dann genauso aus wie bei LibreOffice. Das war User-Power von OpenScreenCast. Tschau und viel Glück.